Spieltagsrückblick Woche 13. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingestattet habt. Wenn ihr neu seid, zieht auf jeden Fall Betracht zu abonnieren, denn ich werde nicht über alle Spiele reden. Das heißt, eventuell rede ich nicht über euer Lieblingsteam oder über das Spiel von eurem Lieblingsteam. Dafür gibt es aber morgen ein Power-Ranking, wo ich alle 32 Teams der NFL durchgehe. Da rede ich über jedes Team ein bisschen. Deswegen einfach abonnieren, wenn ihr neu hier seid. Als allererstes, Spieler der Woche. Wie die letzten Wochen üblich, äh, üblich? Hm, 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 hm. Üblich. Fand ich das geil, oder ich finde es geil, dass ihr das macht. Erstens, weil ich es dann nicht machen muss. Und zweitens, weil ich einfach dann noch eine andere Meinung kriege. Und man kann direkt ein bisschen abstimmen. Denn ansonsten schreibt vielleicht mal der eine, oh, ich hätte vielleicht eher Dinge gehabt oder ich hätte vielleicht eher Dinge gehabt. Aber so haben wir immer einen Kommentar mit den meisten Likes, der quasi gewinnt. Letztes Mal war es Affenbrotbaum. AFC Offensiv Tyreek Hill. NFC Offensiv Aaron Rodgers. AFC Defensiv Trey White. NFC Defensiv Jeremy Chin. Das war, glaube ich, eine Bank. Dank AFC Rookie James Robinson und NFC Rookie Antonio Gibson. Das sind also die besten Spieler, oder die Spieler der Woche, letzter Woche. So, das heißt, wie immer. Offensiv ein AFC, ein NFC. Defensiv ein AFC, ein NFC. Und Rookie, egal ob offensiv, defensiv, ein AFC, ein NFC. Schreibt es in die Kommentare und geht vor allem auch, selbst wenn ihr keinen Bock habt zu schreiben, in die Kommentare. Guckt nach, wo ihr quasi zustimmt. Gebt dem Like. Dein Kommentar mit den meisten Likes gewinnt. So, ich nehme das Ganze nach den Montagsspielen auf, aber ich bin entweder diese Woche 10 und 5 und damit wäre ich insgesamt 122,70. Das ist, falls die Cowboys gewinnen. Oder ich bin 11 und 4, was besser wäre für mich, logischerweise. Wer damit 123 und 69, lol. Das wäre, wenn die Ravens gewinnen. Das heißt, je nachdem, was davon passiert, das ist dann mein Rekord. Bisschen ärgerlich, dass es zur Zeit immer so läuft, aber ey, ich bin froh, dass wir die ganzen Spiele haben, dass die Saison läuft und so weiter und so fort. 10,5 wäre kritisch, aber es sind ein paar coole Upsets passiert, über die wir auch reden werden. 11,4 und da gleichzeitig noch die coolen Upsets, weil mindestens, wenn es nur die vier Spiele sind, drei davon fand ich geil, dass die so rum ausgegangen sind. Wäre schon cool. Also ich wäre gerne 11,4. Erstes Spiel, Browns, Titans, sehr, sehr interessant. Die Titans sind generell dann nochmal in der zweiten Hälfte gekommen, haben, glaube ich, die zweite Hälfte 28,3 oder irgend sowas gewonnen. Aber das war egal, weil die Browns in der ersten Hälfte schon 38 Punkte gemacht haben, unter anderem 28 Punkte im zweiten Viertel. Und das ist, das ist geisteskrank. Tennell hatte nicht sein bestes Spiel, die Browns haben einen richtig guten Job gemacht gegen Derrick Henry, was eventuell Playoff-relevant sein könnte, falls Sie sich da sehen. Denn wenn du den Titans Derrick Henry wegnimmst, hat sich gezeigt, kriegen die ganz, ganz große Probleme. Und ich bin nie wirklich ein großer Fan davon, Garbage-Time-Zeug noch zu nehmen. Und klar, ihr könnt jetzt sagen, wie ist es Garbage-Time, wenn die am Ende nur sechs Punkte hinten sind. Das ist ein One-Possession-Game. Okay, aber es war so unwahrscheinlich, dass sie noch rankommen, allein zeitmäßig schon. Das war wirklich das Maximum von dem, was sie rausholen konnten. Und die Browns haben sich halt auch gefühlt gar nicht mehr gewehrt. Klar möchte man das nicht haben in dem Fall. Aber ich glaube, ich kreide das dann eher den Browns als Fehler an, als dass ich bei den Titans sage, oh, aber in der zweiten Hälfte waren sie gut dafür. Hey, denn die Browns haben dann komplett soft gespielt. Das spielt nicht mehr wirklich eine Rolle, sage ich. Also das war auf jeden Fall eine Euphorie-Bremse für die Titans. Und für die Browns war es eines der wenig wirklich überzeugenden Spiele dieses Jahr. Wäre halt auch geiler, wenn die am Ende jetzt vielleicht 41, 24 oder sowas gewonnen hätten. Oder 21. Aber ja, ich sag mal so, wir haben das Spiel alle gesehen oder zumindest mitgekriegt. Das war schon arg dominant. Jaguars-Vikings. Wieder mal kurz beide Seiten beleuchten. Devin Cook war gut. Am Ende hat er 120 Rushing Yards, aber auch 32 Carries. Ist aber ein gutes Zeichen. Und wenn du ihn quasi als diesen Workhorse, diesen Workhorse-Runningback, was auch immer, als den Runningback benutzen kannst, der extrem viele Carries kriegt, der wirklich alles macht, der immer auf dem Feld ist. Super Zeichen. Ohne dass er irgendwie angeschlagen ist oder so. Und das war in dem Spiel auf jeden Fall der Fall. Ähm, die Vikings-Offense, Kirk Cousins ist es halt echt nicht. Ich bleib dabei. Also da sind, das ist für einen Quarterback schon verhältnismäßig simple Offense. Nicht im Sinne von, dass die Plays einfach sind oder so, sondern es wird einem einfach gemacht. Dadurch, dass die Play-Action so gut funktioniert. Seit Jahren schon. Egal, wer der Offensive Coordinator ist oder so. Vikings immer mit diesen Crossern. Und deswegen bin ich auch nicht ganz so hoch auf Justin Jefferson, der wieder 9 Catches für 121 Yards hat. Ich mochte den im College sehr. Und versteht mich nicht falsch, der ist ein richtig, richtig guter Receiver. Aber, wie gesagt, für Quarterbacks und für Receiver ist das System sehr einfach. Guckt einfach mal, wie oft Justin Jefferson Bälle komplett blanko fängt. Wo 5, 6 Yards um ihn herum niemand ist. Und da ist man vielleicht geneigt zu sagen, oh, das ist aber sein gutes Route-Running. Das ist ganz, ganz häufig einfach ein krasses System. Beziehungsweise die Linebacker, die halt wirklich das Running Game 100% ernst nehmen müssen und runterkommen. Und deswegen ist dahinter dann auf einmal so eine Riesenlücke. Also, es ist ein relativ simples System. Dafür macht Kirk Cousins nicht ansatzweise genug. Die Defense ist da. Cameron Dantzler hat ein starkes Spiel mit mehreren Turnovern letztendlich. Ich glaube, er hat den Pick gefangen und dann den Fumble verursacht, recovered, vielleicht sogar beides. Am Ende müssen die Vikings in Overtime. Und das ist nicht gut, gerade wenn man Richtung Playoffs anguckt. Für die Jaguars ist das, was ich schon die letzten paar Wochen gesagt habe, letztendlich gut spielen und trotzdem verlieren. Also, so knapp wie möglich verlieren gegen bessere Gegner. Das ist das Beste, was jetzt passieren kann. Und genau das passiert. Okay, Raiders, Jets. Erstmal meine Fresse, Raiders. Strafft euch. Ich habe ein Bounce-Back-Game prophezeit. Und das war es ja mal überhaupt nicht. Mit einem Wunder am Ende muss man da quasi noch gewinnen. Und ansonsten hätten wir den ersten Sieg für die Jets gehabt. So, das ist also alles schon wirklich maximal kritisch. Da rede ich aber vielleicht ein Ticken mehr drüber morgen im Power-Ranking. Worauf ich hier nur eingehen möchte ist, weil ein paar Leute mir das gesagt haben, und man hört es ja generell, dass die Jets da am Ende getankt haben und quasi mit Absicht den Touchdown zugelassen haben. Zwei Komponenten vom Play. Das eine ist die Ausführung des Anderes, der Play-Core. Play-Core ist ein Cover-Zero. Das heißt, jeder hat einen Mann, der zu decken ist, der ein Passing-Threat ist sozusagen. Und in der Situation weiß man ja zum Beispiel, dass der Running-Back nicht rauskommt, der bleibt in Pass-Protection und so. Und alle anderen, die keinen Mann haben, beziehungsweise alle, deren Mann hinten bleibt, das ist dann ein Green-Dog-Blitz sozusagen. Du guckst erst, kommt der? Nein, okay, dann blitze ich. Alle anderen blitzen. So, Cover-Zero. Weil du Zero-Safety hast. Du hast keine Zonen, die irgendwo helfen. Cover-One hast du einen, der noch drüber ist. Cover-Two-Man hast du zwei, die noch drüber sind. Und so weiter und so fort. So, das ist sehr ungewöhnlich. Das macht man normalerweise nicht gegen die Hail Mary. Ich verstehe, was Greg Williams, der seitdem gefeuert wurde, der Defensive-Koordinator der Jets damit machen wollte. Denn niemand rechnet damit, logischerweise. Derek Carr hat auch danach gesagt, ey, ich war komplett verwirrt, dass sie das gemacht haben. Das heißt, du sendest dein Haus, die brauchen Zeit. Er kann ihn nicht zu früh werfen, den Ball, weil seine Receiver in die Endzone müssen. Alles vorher hilft nicht. Ein Fielko hätte nicht geholfen. So, das ist relativ klar. Das heißt, wenn der Blitz durchkommt, schnell genug, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es ein Touchdown wird. Aber wenn du Single-Coverage überall hast, wenn jeder nur einen Mann hat, ist es auch immer noch mal wahrscheinlicher, dass dann eine Pass-Interference kommt oder so. Und selbst wenn dann die Zeit ausläuft, das Spiel kann nicht mit einer defensiven Flagge enden. Das heißt, dann hätten die Raiders von weiter vorne nochmal einen Snap gekriegt. Willst du halt auch nicht. Deswegen, eigentlich echt dumm in der Situation. Und du packst eigentlich alle in die Endzone und sagst, okay, wenn der Ball kommt, schlag den einfach runter. Versuch gar nicht, den zu picken oder so ein Quatsch. Schlag den einfach runter. Alles vorher hätte nicht geholfen. Klar, die hätten nochmal 15 Yards nehmen können ins Auslaufen, hätten noch Zeit gehabt für noch einen Pass und sowas. Aber das ist alles nicht so kritisch. Also, es ist dumm. Definitiv schlechter Playcall. Ich verstehe, wo er herkommt von wegen. Wir sind Jets, wir sind aggressiv, wir machen das. Deswegen, ich bin dagegen. Wie gesagt, ich denke auch, es ist dumm. Aber es gibt viele Leute, ich glaube, die meisten Leute denken noch viel mehr als ich, dass es dumm war. So. Die nächste Sache ist die Ausführung, die Execution. Da gibt es auch wieder zwei Ebenen. Die Coverage und der Blitz. Der Blitz kam nicht durch. Beziehungsweise, er kam durch, aber ohne Gap Integrity. Das heißt, irgendjemand hat nicht das gemacht, was er machen sollte. Deswegen war da auf einmal eine Lücke und Derek Haar macht einfach zwei Schritte nach vorne und auf einmal sind gefühlt alle Rusher hinter ihm. Und er hat ganz entspannt Zeit, den Ball zu werfen. Ganz entspannt natürlich auch nicht, aber für NFL-Verhältnisse ganz entspannt. Für Cover-Zero-Verhältnisse ganz entspannt. Das ist schlecht. Der Blitz muss durchkommen. Wenn du einen Cover-Zero schickst, also einen extrem dicken Blitz, der muss durchkommen. Das kann nicht sein. Das war schwach. Das war sehr, sehr schwach. Der hätte einem Blitz-Boy vielleicht geholfen. Und die andere Sache ist die Coverage. Ein Cornerback, der jetzt kein besonders guter Cornerback ist, ist auf Henry Ruggs. Und Henry Ruggs gibt ihm Double-Move. Und er fällt auf den Double-Move rein. Das heißt, Henry Ruggs sagt quasi, oh, ich halte hier an und will den Ball fangen. Ups, nee, doch nicht. Und rennt wieder los. Und der Cornerback ist auf das erste, auf das angetäuschte, oh, ich will hier stehen bleiben, reingefallen. Kommt nicht mehr hinterher. Touchdown-Ruggs. Ganz schlecht. Man kann es ihm... Ich will nicht sagen, man kann es ihm nicht vorwerfen, weil man es ihm vorwerfen kann. Er ist ein NFL-Cornerback, das darf nicht passieren. Aber ja, man muss vermutlich in der Rangfolge hier Blame geben. Dummer Play-Call, der Blitz kommt nicht durch, Cornerback verhaut. Achso, Satz noch hinten ran. Die tanken nicht. Coaches tanken nicht. Keiner von den Coaches wird nächstes Jahr noch da bleiben. Die haben nichts davon, wenn die Jets den First-Overall-Pick hatten. Die Spieler, gerade der Cornerback zum Beispiel, weil manche auch gesagt haben, oh, der Cornerback, dem wurde bestimmt gesagt, er soll das zulassen. Wie dumm sieht denn das auf Film aus? Der muss doch sein Geld machen. Der muss gut aussehen auf dem Film. Wenn die Jets ihn nicht verlängern, muss der irgendwo anders einen Vertrag kriegen. Und dann kommt jemand und sagt, ja, guck mal hier, was hast du da für Müll gemacht? Dann kannst du ja auch nicht kommen und sagen, ja, mir wurde gesagt, ich soll den durchlassen. Das glaubt doch kein Schwein. Also Spieler tanken nicht, Coaches tanken nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deswegen, das war definitiv nicht mit Absicht. Der, meine Kamera war alle und ich musste die jetzt kurz laden und jetzt weiter filmen fürs nächste Spiel. Giants gegen Seahawks. Und beinahe hätte ich angefangen zu filmen und der Fokus hatte sich wieder komplett umgeswitcht. Der war wieder scharf gestellt da hinten auf mein Daryl James Display-Ding. Deswegen, das wäre kritisch. Auf jeden Fall. Giants gegen Seahawks. Ich muss sagen, ich bin ein ganz kleines bisschen stolz auf mich, dass ich schon die ganzen letzten Wochen gesagt habe, ey, behalte immer die Giants-Defense im Blick, weil die echt richtig, richtig geil ist. Was Patrick Graham da macht, ich habe gerade den Namen verwechselt. DC auf jeden Fall für die Giants ist ganz, 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 ganz stark. Sehr kompliziertes System. Ich glaube, Logan Ryan war das, der gesagt hat, von allen Systemen, die er bisher gespielt hat, das ist mit Abstand das komplizierteste. Das ist crazy, vor allem, weil die Defense auch noch relativ jung ist. Das heißt, sie wird da noch reinwachsen. Und Jabril Peppers ist so ein Biest, Jungs. Das ist unglaublich. So, der ist halt komplett unterm Radar. Aber wenn der zum Beispiel ein All-Pro-Safety wird oder sowas, da würde ich nicht mit der Wimper zucken. Das würde ich sehen und sagen, ja, okay, verdient, geil. So, Russell Wilson konnte nicht allzu viel machen, weil der Gameplan der Giants sehr, sehr aufgegangen ist. Die O-Line hat ihn ein bisschen im Stich gelassen. Das Run-Game der Giants war auf einmal da, beziehungsweise, ich sage auf einmal, die hatten irgendwie seit Woche 9 oder sowas einfach das 5-beste Run-Game. Oder vielleicht sogar noch früher als Woche 9. Ganz, ganz schwer. DK Metcalf hat ein paar Catches gehabt, aber das haben die Giants gut gemacht. Die hatten häufig jemand Zusätzliches noch da, neben James Bradbury, der auch selber einen guten Job gemacht hat. Und da übrigens nochmal für alle Giants-Fans. Ich weiß, dass er eine krasse Saison spielt. Ich weiß, dass er gut ist. Ich weiß auch, dass er verhältnismäßig groß ist für einen Cornerback. Ich sage nur, mir fehlt das Match-Up von der Stärke her. So. Aber ist ja alles gut gegangen. Verdammt überzeugender Sieg von den Giants, weil es halt wirklich komplett aus der Defense kam. Mit Ausnahme vielleicht von Wayne Gorman da, von den paar krassen Läufen, die er hatte. Die O-Line der Giants ist auch still und heimlich krass besser geworden. Also von, wenn man jetzt einfach nur verbessert, äh, verbessert, vergleicht von den ersten 3, 4, 5 Wochen bis jetzt. Auf jeden Fall mit Abstand die krasseste Verbesserung von irgendeiner Positionsgruppe in der Liga. Das ist, obwohl das vielleicht ein bisschen viel gesagt hat, aber von irgendeiner O-Line in der Liga auf jeden Fall. Das ist krank. Hut ab. Ohne Danny Jones, ohne Salcom Barkley, das hinzukriegen. Sehr, sehr stark. So, über das Spiel will ich eigentlich gar nicht großartig reden, denn es ist halt immer langweilig, über so Spiele zu reden. Aber, äh, dann kriege ich Ärger mit den Patriots-Fans. Du hast nicht über unser Spiel geredet. Deswegen, hey, die Patriots haben 45 zu 0 gewonnen gegen die L.A. Chargers. Das war vermutlich, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es schon das letzte Spiel war von Anthony Lynn. Aber, das war jetzt auf jeden Fall ein Nail in the coffin, der finale Nagel im Sarg. Ähm, was, was seine Head-Coaching-Karriere bei den Chargers angeht. Zumindest jetzt erst mal. Vielleicht kommt er in 10 Jahren nochmal wieder, wer weiß. Aber, ähm, das war es dann wohl vermutlich. 45 zu 0 gegen ein Team, was jetzt auch nicht übermäßig krass gespielt hat die Saison vorher. Ähm, was negativ war vorher mit 5 zu 6. Ist kritisch, darf nicht passieren. Starke Leistung Patriots. Okay, dadurch, dass ich jetzt diesmal erst Dienstag aufnehme, kommt das Video vielleicht einen Ticken später zu euch. Je nachdem, wie schnell ich mit dem Bearbeiten bin. Und, ach, ich mache vermutlich gar nichts mehr. Ich bearbeite das einfach direkt. Ähm, naja. Auf jeden Fall Vorteil. Weil ich kann über Montagnachtspiel reden. Und da war Washington gegen die Steelers extrem geiler Sieg für Washington. Ähm, Alex Smith hatte komplett all sein Blut im linken Bein verloren gefühlt. Äh, ne, aber da gab es so ein blutüberströmtes Bild, wo dann sein ganzes Schienbein so blutig war und es auf den Schuh getropft hat und sowas. Ich glaube, der hat einen Stollen abgekriegt von irgendjemandem. Ähm, und das hat halt einfach am Schienbein aufgeschnitten. Aber wer schon mal sich irgendwie am Schienbein einen Cut zugezogen hat oder so, der weiß, wenn irgendwo am Körper, dann bitte gerne am Schienbein. So, das tut halt gefühlt wirklich gar nicht weh. Also zumindest die paar Sachen, die ich da mal hatte. Ähm, einen Schlag draufkriegen, klar, tut weh. Beinbrechen tut bestimmt auch mega weh. Aber da irgendwie einen Kratzer haben oder sowas, einen Cut, hat gefühlt gar nicht weh getan bei mir. Und hoffe, dass es auch so war bei Alex Smith. Damit sollte jetzt eigentlich auch klar sein, dass der Comeback-Spieler des Jahres wird. Ähm, und Washington hält mit mit den Giants. Die Giants haben überraschenderweise gewonnen. Washington gewinnt noch überraschendererweise. Und für die Steelers hat sich angedeutet die letzten Wochen. So, wann hat Big Ben das letzte Mal über 50 Passing Attempts gehabt? Und dann gegen Washington 53 haben zu müssen und selbst damit nur ganz knapp über 300 zu kommen, ist nicht gut. Und die O-Line hatte Probleme von Washington. Ähm, gerade was einfach Druck anging. Die haben halt ewig keinen Sack zugelassen und sowas. Also es ist eine richtig krasse O-Line. Zumindest was Pass-Blocking angegeht. Run-Blocking ist so, äh. Aber, ähm, gegen die sehr talentierte D-Line oder generell Front von den, äh, vom Football-Team, hm. Ähm, haben die Probleme gehabt. Und was das Football-Team clever gemacht hat, ist zu erkennen, okay, wir kommen nicht hin. Spring und versuche irgendwie den Ball abzufälschen. Und so ist ja unter anderem auch die game, äh, entscheidende Interception passiert dann im vierten Viertel. Ganz zum Schluss. Weil, ich glaube, Montez Sweat den Ball an der Line gebattet hat und jemand hinter ihn hat ihn dann gefangen. Das war sehr, sehr stark. Logan Thomas hat ein krasses Spiel gehabt für Washington. Fast 100 Yards am Ende, ähm, als sehr under-the-radar tight end. Also das ist schon ein überzeugender Sieg. Antonio Gibson, die Verletzung, tut weh. Der hat ein Turf-Toe, glaube ich. Ähm, wer das noch in Erinnerung hat von zum Beispiel Devontae Adams, das kann sich mal ein paar Wochen strecken. Aber Washington bleibt recordmäßig jetzt gleich mit den Giants und hat den leichteren Rest-Schedule. Verliert zwar im direkten Vergleich, weil sie beide Spiele verloren haben gegen die Giants. Also die müssen am Ende einen Sieg mehr haben oder gleich viele Siege und einen Unentschieden statt einer Niederlage mehr. Aber es ist machbar. Washington hat auf jeden Fall einen deutlich leichteren Rest-Schedule als die Giants. Aber beide Teams sind gerade im Kommen. Beide Teams spielen gerade extrem gut, gerade defensiv natürlich. Alles klar, das war's mit dem Video. Wie gesagt, abonniert auf jeden Fall, wenn ihr Power-Ranking morgen nicht verpassen wollt. Oder einfach, wenn ihr generell keine Videos mehr verpassen wollt. So, wenn ihr erinnert werden wollt, dass es geile Videos gibt. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Denkt dran, in den Kommentaren zu voten für Spieler der Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.